Und ich hoffe jetzt inständig, nachdem wir jetzt hier eine halbe Stunde schon wieder fast gelabert haben, Momaino und ich und meine Aufnahme sich sagte nach 8 Sekunden, Feierabend, ich will nicht mehr. Ach, ja und wir hatten wirklich jedes Spiel des Rückspiels im spannenden Spielbericht durchgegangen. Okay, ich kann euch nur eine Wiedergutmachung versprechen, dass wir dann das Halbfinale wieder mit spannendem Spielbericht machen. Mehr kann ich jetzt leider nicht tun, es hat nach 8 Sekunden aufgehört. Und ich weiß nicht warum, auf der Platte waren 100 GB frei, ich habe keine Taste gedrückt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Tut mir leid Leute, deswegen jetzt hier mehr oder weniger die kurze Übersicht, weil die Live-Reaktion wäre jetzt im spannenden Spielbericht nur noch gekünstelt. Und das macht euch nichts mehr, mir bringt es auch nichts mehr. Deswegen gehen wir jetzt einfach abwechselnd die Spiele durch. Das erste, dritte, ich und das zweite und vierte, Momaino. Deswegen Shark gegen Helltown. Ich mache hier auch nochmal den Spielbericht auf, aber den spannenden brauchen wir uns jetzt nicht mehr angucken. War 2 zu 3 für Helltown. Also Helltown war hier in Führung. Und Shark musste nachlegen und tat das auch. Das Ganze, wie man hier sieht, mit schnellen zwei Toren in den ersten elf Minuten. Dann kam er hier nochmal ran auf 2-1. Und damit, weil in der zweiten Halbzeit außer der gelb-roten Karte nichts mehr lief. Meine Aufnahme läuft übrigens noch. Ich könnte mir in den Arsch beisen. Musste die Verlängerung her und da hat Shark nochmal Gas gegeben und hat das Ding hier nochmal in den zwei Spielen gedreht. Und da muss man sagen, Glückwunsch fürs Weiterkommen. Coole Sache. Und ja, mal sehen, wie es im Halbfinale wird. Und damit zum zweiten Spiel, Momaino. Ich mache hier auch daneben den Spielbericht nochmal auf. Moment. Ja, da müsste ich mal dazu sagen, dass ich seit einer halben Stunde keine Bildschirmübertragung mehr von dir habe. Achso, achso. Ich nehme einfach das zweite Spiel, was bei mir da ist. Was ich gerade offen habe. Das wäre dann AC Firenz gegen FC Tesch. Natürlich der FC Tesch mit... So, jetzt müsstest du wieder Bildschirmübertragung haben. Habe ich wieder da. Ich sehe es trotzdem bei mir schärfer und besser. Teschen natürlich unter Zugzwang nach einer 2-0-Niederlage im Hinspiel als Titelanwärter Nummer 1 im italienischen Duell. In Derby quasi. Geht auch schön mit 1-0 in Führung, aber dann... Ja... Seien wir so, Tesch hat zwei Minuten gespielt und ist dann auf Kaffeepause gegangen. Gefühlt, ja. Da kamen dann fünf Torchancen von AC Firenz, welche eine genutzt wurde von Franzios Mbauer. Was für ein Name. Und ja, damit ist leider unser meistgetippter Titelanwärter raus. Ja, und da kannst du ja gerne nochmal den O-Ton aus dem Discord dazu sagen von Tesch. Ja, Tesch natürlich, erste Reaktion um halb acht. Völlig indiskutable Leistung meiner Mannen, da werde ich wohl Tränen entlassen müssen. Der arme Träner. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es keine Diskussionen. Er hat fünf Leute einfach nur enttäuscht. Oh ja. Wir müssen... Da müssen Konsequenzen, ja. Ja. Da müssen Köpfe rollen. So, und mein Spiel war halt so, dass es ein 3 zu 3 gab. Und dieses Spiel, was mir auch dann erst auffiel, dass es unter dem Spielbericht noch einen Spielberichtdrucken-Link gibt. Da werde ich mir das noch ausdrucken quasi und einrahmen oder so. Also sowas. Da habe ich Rocky auch schon angeschrieben, aber er hat mir bis jetzt nicht geantwortet, wie er diese 93. und 94. Minute erlebt hat. Mal sehen, ob da noch was kommt. Ansonsten, ja, habe ich meine Taktik umgestellt. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Und leider, leider hat es nicht funktioniert, hat es nicht sein wollen, obwohl ich ihn in die Verlängerung gezwungen habe. Nachdem er mich hier in der ersten Minute völlig überrascht hat. Anders kann ich es nie ausdrücken. Also in der ersten Minute, erste Aktion, Badentor. Aber an sich muss man auch sagen, hier zwei Chancen, zwei Tore und ich habe drei Chancen und mache nur ein Tor. Oh ja, das bedeutet für meine Mannschaft, ja. Da müssen Köpfe laulen. Nö, 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 da fallen keine Köpfe. Da wird nur eine Woche Alkoholentzug, eine Woche fünf Stunden Rennen um den Bolzplatz als Strafe. Und alle, die dann noch stehen können, die haben es verdient, weiter für mich zu spielen. Also von daher gesehen, alles entspannt. Ich dachte mir schon, Sibirische Eisenbahn. Nö, 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 das nicht. Also hier ist es gerade kein Wort drüber. Dann kommen wir zu deinem Spiel. Ja, das, ja, wie soll ich sagen, 4 zu 0 verloren im Hinspiel, 5 zu 0 im Rückspiel, 9 zu 0 gesamt. Gehen wir weiter. Aber das Einzige, was sich positiv gestimmt hat, und das kam natürlich in der ersten Aufnahme viel besser rüber, du hast eine 90-prozentige Auslastung deines Stadions. Also das hatten alle anderen nicht. Ja, dann da kann man vielleicht noch dazu sagen, 90 Prozent. Meine Spieler waren so begeistert, dass das Stadion voll ist, dass sie mit den Fans feiern mussten. Und da gar nicht vergessen haben, dass eigentlich noch ein Spiel zu spielen wäre. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, richtig. Ach, herrlich. Ach, schön. Ja, deswegen kommen wir mal zum Gewinnspiel. Das ist ja noch das andere Thema. Aber obwohl, erst mal die Halbfinalpaarungen. Und da ist BSG Hydraulik Nod Pachin gegen FC Rocky 41. Und Maino, du machst das zweite Spiel. FC Schark 1977 gegen HC Firenze. Und dabei ist uns auch aufgefallen, dass Rocky gegen Pachin schon mal gegeneinander gespielt haben. In der 193. Saison. In einem Friendly. Ja, guckt mal in die jetzige Saison 190. Also, mal sehen, ob die sich noch kennen. 193. Saison, bitte. Oh, 123. Hab ich was anderes gesagt? Ja, 193. Hab ich verstanden. Okay, gut. Okay. Wir haben ja dein Video bereits. Genau. Danke für die Korrektur, falls ich es falsch gesagt habe. Von daher auch sehr interessante Finalpaarungen, muss man sagen. Also, die ungefähr gleich starken. Und, was uns auch aufgefallen ist, Erster der Gruppe D gegen Erster der Gruppe C. Und Zweiter der Gruppe A gegen Zweiter Gruppe B. Also, interessantes Finale. Äh, Finale, Halbfinale. Halbfinale. Aber vier Mannschaften im Finale ist nicht Fußball. Zumindest nicht das Vanilla-Fußball. Okay, gut. Ja, lassen wir das so. Ja, lassen wir das so stehen. So, kommen wir mal zum Tipp-Gewinnspiel. Und was mir auch sofort aufgefallen ist, die Gewinner- und Finaltipps sind quasi alle komplett rot. Nur noch Rocky ist schwarz. Und da muss man ja auch sagen, wir konnten uns jetzt nicht daran erinnern, dass es mal eine Saison gab vom Tipp-Spiel, wo keiner irgendeinen Gewinner- oder Finaltipp richtig hatte. Also, von daher gesehen, wäre das eine Premiere. Also, Rocky, tu alles dafür, dass du ins Finale kommst. Dann ist alles gut. Ne? Ja, genau. Mit meiner Meinung für dich ja auch ist es ja auch wichtig, zwecks vielleicht mal erster Platz zu werden. Für mich ist es wichtig, ja. Weil ich könnte da eben noch sechs Punkte rausschlagen, die FC Tesch nicht mehr bekommt. Richtig. Und da geht es eben um den Fun-Cup-Sieg. Und Tesch könnte sich ja den zweiten in Folge holen. Das Double ist noch nicht mehr drin. Da hatten wir auch so eine schöne Diskussion gerade. Leider ist diese Aufnahme ja nach acht Sekunden abgebrochen. Können wir immer noch einen Arsch beißen. Oh, da hätten wir jetzt... Okay, wir lassen das. Ja. Kein Salz für Aprisos. Genau. Wir gehen das einfach durch, wie eben auch. Sechster Platz, FC Bottrop-Aigen 1981 mit 40,313 Punkten. Dann fünfter, FC Abrisos mit 40,714 Punkten. Dann vierter, FC Shark 1977 mit glatt 45 Punkten. Dritter, erster United mit 47,777,7,7,7,8 Punkten. Ich habe die letzte Zahl nicht richtig verstanden. War das auch eine Sieben? Nö, ich glaube, das war eine Acht, aber das ist eben gerundet. Okay. Ich könnte sonst in zwei Stunden noch mit den Siebenen weiterreden. Ja, also wenn ihr die Extended Version wollt, dann von diesen Aufzählungen der Sieben, dann schreibt es in die Kommentare, dann muss Momaino sich nochmal hinsetzen. Ansonsten, wenn wir schon beim Teufel sind, zweiter Platz, FC Teufel Momaino mit 50,323 Punkten. Ja, und ja, vorher mein schöner langer Dialog, mein Lobensdialog und alles Mögliche über FC Tests ist er natürlich auch verloren gegangen. Er ist erster als Titelverteidiger, ein Seriengewinner, kein Double-Gewinner mit 54,107 Punkten. Aber ich finde, er macht das auch sehr geschickt. Das ist mir jetzt erstmal aufgefallen. Vor uns in der Aufnahme noch nicht, er tippt nur die Spiele wahrscheinlich, wo er sich jetzt so relativ sicher ist. Er hat hier schon bei meinem Spiel nicht getippt, wo eigentlich die Mehrzahl rot war. Und bei der Rückrunde hat er jetzt auch zwei Spiele nicht getippt und hat das eigentlich strategisch sehr gut getan, weil vor allem das Titel-Spiel haben alle falsch getippt und er nicht. Und somit hat er da ja auch keine Punkte Minus gemacht. Also das ist ja ein Durchschnittspunkte-Wert hier. Und je weniger man tippt und je mehr man von den wenigen richtig hat, desto höher ist natürlich der Durchschnitt. Also er macht es eigentlich richtig gut, muss man so sagen. Nur er braucht eben noch zwei Tipps. Und bei den Paarungen, die jetzt im Halbfinale sind, schwierig. Ja gut. Ich brauche keine Tipps mehr eigentlich. Ich habe meine 1.31. Aber was du nochmal erklären könntest, wenn deine Minus 0,5 Punkte... Nee, wollte ich gerade. Das resultiert daraus, dass ich eine Verlängerung getippt habe auf Ferenc gegen Tesch. Es hat so zwei Verlängerungen gegeben, wie wir gesehen haben. Aber nicht dieses Spiel. Ich hatte die falschen 50%. Und was wir auch noch festgestellt haben, du hattest ja gesagt, FC Schark hatte im Discord geschrieben, warum er hier als ausgeschieden zählt in der linken Tabelle, obwohl er ja eigentlich noch dabei ist. Und das könntest du nochmal kurz erklären. Das liegt einfach daran, dass diese Tabelle nichts mit dem Halbfinale und alles zu tun hat, sondern eine Punktetabelle ist, wie viele Punkte man geholt hat. Und da Heldern das Glück hatte, in einer Vierergruppe ist, wo er alle Spiele gewonnen hat, hat er natürlich 18 Punkte alleine dafür bekommen, wo Schark ja nur aus der Dreiergruppe mit sieben Punkten weitergekommen ist. Dadurch ist Schark eben hier weiter unten. Ja, wie gesagt, wenn er jetzt noch ins Finale kommen sollte, was ich nicht hoffe, oder was mir eigentlich, solange die anderen 50% dann passen. Ja, es geht sich aus, weil er spielt nicht gegen Rocky. Kann er noch auf den dritten Platz eben vorlaufen? Vorlaufen. Mein erster Platz geht sich nicht aus, da Heldern mit 21 Punkten quasi uneldenholbar vorne ist. Schark hat 9. Kleiner, ganz kleiner, interner Verbesserungsvorschlag. Ist doch einfach diese Zahlen. Gibt keine Verbesserungen, die Tabelle ist perfekt. Hat der Großmeister gemacht. Ach, ehrlich, ja. Ja, schön, schön gesagt, schön gesagt. Ja, ich könnte die Punkte mit einblenden, dann ist es vielleicht so. Vielleicht, vielleicht lassen wir das einfach so stehen. Und ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal wieder zwei Tage Ruhe im Zweifel. Und dann gucken wir mal. Kann sich dein Aufnahmegerät auch wieder beruhigen. Das läuft jetzt auch durch. Also jetzt weiß ich nicht, was das für uns war, keine Ahnung. Von daher gesehen. Und dann das Halbfinale. Da machen wir dann die spannenden Spielberichte. Und da gucke ich jetzt hier aller vorzulang mal um die Ecke. Und sehe, ah, es läuft. Und freue mich in Lenz. Von daher holen wir es danach. Und ich freue mich ungemein auf das ganze Finale. Ob es Rocky hier ins Finale schafft oder nicht. Da hängt ja doch ein bisschen im Gewinnspiel was dran. Für den einen oder anderen. Und ja, ihr könnt ja mal in Discord schreiben, ob ihr Team Tesch seid oder Team Momino. Ich bin Team Tesch. Schon alleine um Momino ein bisschen zu ärgern. Ich bin nicht leicht geärgert. Okay. Wenn du deine Excel-Tabelle kritisierst, dann bist du verärgert. Schon klar. Genau. Gut. Nebenbei noch etwas geerwähnt, weil jetzt Team Tesch und Team Momino wurde im Discord auch erwähnt, dass wenn ich Erster werde, dass ich den Preis dann in den Zweiten abgebe. Auch dazu sage ich, nö. Denke ich gar nicht daran. Man muss aber auch mal dazu sagen, du hast auch als Gewinnspielmacher noch nie das Gewinnspiel gewonnen, ne? Doch, ich glaube einmal. Das will ich bei der nächsten Aufnahme schwarz auf weiß sehen. Das glaube ich nämlich nicht. Glaube nicht. Glaube nicht. Guck da nochmal nach. Aber das werden wir noch klären. Das ist doch für die nächsten. Generationen. Oh, scheiße. Das ist heute nicht das Thema. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, verabscheuen wir uns hier ein bisschen von der verkorksten Aufnahme und hören uns und sehen uns dann im Zweifel auch die nächsten Male dann wieder. Von daher gesehen, ja, überlasse ich dir immer meine letzte Wort und sage schon mal, bis denn dann euer Apresos. Ja, bevor du noch was sagen würdest, sage ich, bis zum nächsten Mal, also möge der Optimale gewinnen. Verdammt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0.